Hallo und herzlich willkommen, hier ist Bea von Gamers-Panis.de und ich habe heute für euch die Demo zu Neurodeck oder Neurodeck, wie es wahrscheinlich richtig ausgesprochen wird, dabei. Das Ganze ist ein sehr interessantes Spiel, in dem es vor allen Dingen um die mentale Gesundheit geht, die Mental Health. Und genau, der Beschreibungstext hier sagt, ich soll eine Phobie beseitigen oder besiegen. Und ja, ich habe keine Ahnung, da ich für Mental Health relativ aufgeschlossen bin und mich sehr gerne mit dem Thema beschäftige, auch vor allen Dingen im privaten und auch im Arbeitskontext, habe ich mir gedacht, das ist das perfekte Spiel für mich. Das heißt, wir schauen uns jetzt gemeinsam die Demo an. Viel Spaß! Ich drücke erstmal auf Start a New Session. Neurodeck ist ein Tool, um die Persönlichkeiten zu entdecken und in die Psyche einzutauschen, äh, tauchen. Deswegen mal sehen. Okay, ich verstehe, dass wenn ich das tue, dass ich damit die Menschen auch gefährde, das stimmt. Deswegen sind Mental Health Themen prinzipiell relativ gefährlich, weil man auch den falschen Trigger setzen kann. Mal sehen. Genau, Lei hat auf jeden Fall ihre Welt verlassen oder ihr Land verlassen, um eine neue Welt zu erkunden. Mal sehen. Wir wollen heute mal Joy erkunden. Ah, das sind so die Monster, gegen die wir antreten können. Wir kämpfen mal gegen Arachno. So wie der Name klingt, ist es eine Spinne. Wenn du, lieber Zuschauer, Angst vor Spinnen hast, schau bitte einfach so in fünf Minuten wieder vorbei. Okay? Danke. Ja, Tatsache. Also, wenn du noch nicht geguckt hast, schau weg. So. Okay. Oh. Oh, hat das auch drei, drei Runden? Nein. Hm. Hm. Ich füttere mich mal. Scheiße, das ist ja hart. Also, ja, ich weiß, dass es hart ist, gegen eine Phobie zu kämpfen, aber... Oh. Oh. So. Puh. Das ging erstaunlich schnell. Ich nehm mal den Apfel mit. An apple a day keeps the doctor away. Wie das Sprichwort so schön heißt. Okay. Gut. Gehen wir mal in die Sporthalle. Und trainieren. Ein bisschen. Oh, das macht irgendwie übel Spaß, muss ich mal ganz ehrlich gerade schon so sagen. Ähm, Push-Ups. Nee, wir machen mal hier Plank. Oh. Oh, cool. Oh. Das ist ja cool. Wir greifen hier Blenno an. Der Rache macht noch nur Spinne angreifen, sollten wir nicht. Ach, der Apfel ist so gut. Gut. Du bist schon eklig, was ist denn ein Benno? Du bist schon ein Benno? Okay, was auch immer Brenno ist, aber ich hätte auch Angst vor dem. So nicht, Freunde. Oh shit, so viel Sanity habe ich nicht mehr. Ah, es wird mich vernichten. Oder auch nicht. Doch. Scheiße. Boah, dieses Brenno-Ding. Was für ein Scheißvieh. Wir hätten doch nochmal gegen Arachno kämpfen sollen. Das war nicht so schwierig. Aber gut, das soll als Einblick zu Neurodeck erstmal reichen. Ich fand es ziemlich cool. Es hat echt Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich aufs Endergebnis und dann werde ich Brenno sowas von fertig machen. Wischlistet das Ganze gerne schon mal auf Steam. Theoretisch kommt es doch dieses Jahr raus. Mal sehen. Vielleicht auch erst Anfang nächstes Jahr. Ich bin gespannt und danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr selber Bock habt, die Demo ist relativ regelmäßig auf Steam. Also schaut einfach selber mal rein und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao!